Heute präsentiere ich euch unsere Blossom Nail Couture Glamour Box Autumn. Die Box lässt sich ganz leicht öffnen. Ihr zieht die Lasche aus der Box und dann könnt ihr ganz, ganz einfach den Karton öffnen. Und in das wundervolle Innenleben schauen. Der Schutzaufkleber in Gold, der kann ganz einfach entfernt werden. Das machen wir jetzt mal, damit ihr natürlich auch den Inhalt der Box sofort bewundern könnt. Der Inhalt der Box ist diesmal phänomenal. Abgesehen von der mega Ersparnis, die ihr habt, ist es ganz einfach so, dass zudem noch drei explizit für diese Box entwickelte Glitter dabei sind. Die zeige ich euch gleich noch aufgetragen. Die neuen Dark Cat Eyes, die per heute natürlich dann auch einzeln bestellbar sind im Shop, findet ihr auch in der Box. Und zwar komplett. Und da zeige ich euch kurz jetzt einen Ausschnitt, damit ihr wisst, was euch bei den Dark Cat Eyes erwartet. Das ist nämlich der absolute Brüller. Abgesehen davon, dass die hochdeckend sind und auch als regulärer Gellack ganz toll benutzt werden können, ist es so, dass die einen phänomenalen Cat Eye Effekt haben, der wirklich toll ist, wo man schön mitspielen kann. Wie gesagt, Beispiele bekommt ihr jetzt gleich eingespielt. Und danach zeige ich euch die Glitter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, das Video war aussagekräftig und die Farben, die sind ja wohl wirklich, wirklich wunderschön. Die extreme Deckkraft konntet ihr ebenfalls ganz, ganz toll sehen. Deswegen haben wir extra schwarze Tipps benutzt, damit ihr seht, wie wahnsinnig die bei Einmalauftragen schon decken. Das ist wirklich, wirklich richtig toll und erspart eine Menge Arbeit. Abgesehen davon ist es, dass diese Farben, ja, natürlich perfekt für Herbst, aber auch das ganze Jahr sonst durchgängig natürlich verwendet werden können. Denn heutzutage gibt es einfach keine vorgeschriebenen oder vorgegebenen Farben mehr für bestimmte Jahreszeiten. Wir kommen da jetzt aber gleich auch zu einem Hinweis, natürlich sind die Glamourboxen von Blossom Nail Couture limitiert. Das heißt, wenn sie ausverkauft sind, werden sie nicht nachkommen. Wir bringen regelmäßig immer mal wieder ab jetzt neue Boxen raus, immer mit einer Hammerpreisersparnis und mit wirklich phänomenal schönem Inhalt. Aber wie gesagt, sie sind halt limitiert und kommen danach auch nicht mehr rein. Die Preisersparnis, brauchen wir nicht drüber reden, das ist wirklich, wirklich, wirklich extrem und deshalb sind sie halt auch nur limitiert. Wo wir jetzt auch gleich bei den Glittern werden. Diese Glitzer, die ihr hier jetzt gerade seht, die werden gar nicht in den Shop kommen. Die sind ausschließlich in der Glamourbox enthalten. Das heißt, wer sie hat, kommt in den Genuss. Ich trage sie euch gleich auch noch auf. Wer sie nicht hat, leider nicht, weil wie gesagt, es wurden ausschließlich für die Glamourboxen diese Glitzer produziert und sind auch nur darin dann enthalten. Ja, und jetzt trage ich euch noch die Glitzer auf und danach sind wir schon durch. Ja, und jetzt trage ich euch noch die Glamourboxen diese Glitzer auf und dann auch die Glamourboxen die Glamourboxen die Glamourboxen die Glamourboxen die Glamourboxen die Glamourboxen. Ja, und jetzt trage ich euch noch die Glamourboxen 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 die G Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.